Wie gesund ist beispielsweise ein Fertiggericht? Damit das auf den ersten Blick klar ist, soll ein einfaches, leicht verständliches Nährwertlogo auf den Lebensmittelprodukten helfen. Mit einem Ampelsystem wie dem Nutri-Score sollen sich die größten Fettfallen und Zuckerbomben ganz einfacher kennenlassen. Ungünstige Nährwertelemente werden mit günstigen wie Ballaststoffen und Proteinen gegengerechnet. Jedes Element bekommt so einen Plus- oder Minuspunkt. Je geringer die Punktzahl, desto besser. A ist optimal, zu E sollten Verbraucher nur selten greifen. Frankreich hat den Nutri-Score schon 2017 eingeführt. Dem Beispiel will Deutschland jetzt folgen. Die Lebensmittelkennzeichnung soll allerdings freiwillig sein. Daniela Krehl, Ernährungsexpertin ist in der Amtschau. Guten Abend. Guten Abend. Also jetzt endlich nach gefühlt ewigen Diskussionen über so eine Lebensmittelampel soll es kommen. Aber wie wir eben zum Schluss gehört haben, freiwillig. Was heißt denn das? Das ist das große Problem. Also die Lebensmittelkennzeichnung ist ja europaweit festgesetzt. Das heißt, wir können in Deutschland das nur freiwillig einführen. Und da kann es natürlich passieren, und es wird sicherlich auch so sein, dass der ein oder andere Hersteller darauf verzichtet. Und der Nutri-Score hat ja eigentlich nur Sinn, damit ich wirklich auch Lebensmittel vergleichen kann. Und jetzt hoffen wir einfach, dass da der öffentliche Druck da ist und dass auch Frau Glöckner sich noch mal mehr einsetzt, dass das dann auch europaweit verpflichtend eingeführt wird. Und damit sind wir in gewisser Weise schon bei der Frage, warum dauert es denn so lang und warum nur freiwillig? Wer bremst denn das? Was ist da der Haken an der Sache, warum wir sowas nicht schon längst haben und vor allem nicht verbindlich haben für alle? Ja, die Hersteller von der Lebensmittelindustrie hat da sehr, sehr lange dagegen gearbeitet. Vor zehn Jahren war das Thema ja schon mal europaweit in der Diskussion. Aber jetzt, wie gesagt, haben einige Länder es eingeführt. Und ich hoffe, dass dann der Druck so groß ist, dass es europaweit dann auch verpflichtend sein wird. Frau Krill, sprechen wir mal darüber, was sind die Vorteile oder was sind auch die Nachteile? Fangen wir mit den Vorteilen an. Ja, ich glaube, in dem Beitrag hat man das schön gesehen. Es ist super simpel. Also grün ist gut, rot ist schlecht. Somit kann ich im Supermarkt relativ schnell auch einen guten Vergleich bei den einzelnen Lebensmitteln haben. Und somit ist es für mich als Verbraucher deutlich einfacher, wie wenn ich jedes Mal auf der Rückseite schauen muss, welche Nährwerte denn in dem einzelnen Lebensmittel enthalten sind. Okay, das heißt, auf der einen Seite wird gewarnt vor, wir haben es eben gehört, versteckten Fett- oder Zuckerbomben. Was ist der Nachteil an so einem System oder diesem System? Naja, es werden natürlich jetzt unterschiedliche Inhaltsstoffe gegeneinander aufgewogen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Blutdruckpatient bin, muss ich auf das Salz achten. Und da sagt mir natürlich das Ampelsystem nichts, weil ja da alle Nährstoffe mit einbezogen worden sind. Dann muss ich tatsächlich noch mal hinten auf die Nährwerttabelle schauen. Also es ist deutlich vereinfacht. Und dann gilt es bei Monoprodukten einfach nicht. Also bei einem Olivenöl, da habe ich einfach einen hohen Fettgehalt. Also da bringt mir der Nutri-Score nichts. Es ist also wirklich nur sinnvoll bei zusammengesetzten Lebensmitteln, wie die klassische Tiefkühlpizza. Wenn man diese Vor- und Nachteile abwägt, wiegt gegeneinander Ihre persönliche Meinung dazu? Naja, also ich habe es studiert. Aber es wäre für mich wahnsinnig schwierig, jedes einzelne Produkt abzuwägen, welches jetzt einen besseren Gesundheitswert hat. Wenn ich zehn Erdbeerjoghurts habe und alle einen Nutri-Score tragen, kann ich natürlich viel schneller sehen, aha, das ist besser, das hat einen höheren Gesundheitswert. Das heißt, da ist vielleicht weniger Zucker drin, da ist mehr Fruchtanteil drin. Das hat für mich jetzt einfach den Vorteil, dass ich relativ schnell einkaufen kann. Frau Krehl, zum Schluss, in anderen Ländern gibt es das schon? England, Frankreich, wie funktioniert es dort? Ja, also anhand von Studien konnte man wirklich nachweisen, dass die Verbraucher wirklich die gesündere Wahl dann auch treffen, dass sie also wirklich vergleichen und dann auch die besseren Lebensmittel dann wählen. Okay. Farbenblind darf man nicht sein, aber ich gehe mal davon aus. Ja, es war ja auch A, B, C und D. Also für jeden ist die Möglichkeit, das wirklich einzuschätzen. Und wenn Sie einkaufen gehen, Sie nutzen dann auch auf einen schnellen Blick sozusagen das Grün-Rot-Eins? Sicher, weil sonst müsste ich so viele Inhaltsstoffe, Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe vergleichen, um dann abzuschätzen, ob dieser Erdbeerjoghurt jetzt wirklich gesünder ist als der andere. Ein kleiner Schritt, ein kleiner Fortschritt. Hoffentlich kommt er bald verpflichtend. Frau Krehl, danke für den Besuch in der Abendschau. Ich sage auch Danke.